so heute schauen wir uns mal wieder ein bisschen was praxisrelevantes an nämlich datenübertragung per funk und zwar nicht einfach nur per funk sondern natürlich von einem mikrocontroller aus das heißt zum beispiel einem arduino oder irgendwas anderem in die richtung ja wenn wir jetzt von einem arduino reden und von datenübertragung ich denke die meisten werden schon wissen was als erstes kommt der hier natürlich den sollten die meisten von euch kennen der gute alte esp 8266 beziehungsweise es gibt ja inzwischen den esp 32 den neueren davon aber gehen wir mal allgemein von denen aus diese module hier die arbeiten mit wlan das heißt wir sprechen internet am ende ip alles was dazu gehört tcp http also wir können im prinzip alles was irgendwie mit internet an zu tun hat ansprechen vorteil vom modul es ist relativ günstig wir reden hier von ungefähr ich glaube drei euro 23 euro kostet der kleine hier also auf jeden fall nichts was groß den geldbeutel belastet vorteil ebenfalls wir haben eine eigene cpu das heißt wir brauchen im prinzip kein arduino mehr zusätzlich und wie schon gesagt arduino kompatibel wir können uns also mit den normalen sachen programmieren die einstiegshürde sollte also überschaubar sein was wir allerdings verachten müssen wir brauchen einen ap das heißt wir brauchen eine bestehende wlan infrastruktur es kann vorteil sein kann aber auch nachteil sein vorteil weil wir können halt die ganzen wlan sachen nutzen die es schon gibt es gibt sehr viele unterschiedliche access points mit verschiedenen ausrichtungen für draußen für drinnen es gibt wlan repeater es gibt mensch netzwerke wie freifunk also eine menge möglichkeiten aufs netzwerk zuzugreifen aber hey nicht überall haben wir eine wlan infrastruktur was ist wenn wir da funken möchten nun wenn wir da funken möchten da können wir zum beispiel so was hier benutzen das hier das ist ein sogenannter bc 417 und der arbeitet im ähnlichen frequenzband aber mit einem anderen protokoll nämlich mit bluetooth auch der hier ist relativ günstig müsste für unter fünf euro zu bekommen sein und die benutzung ist auch recht einfach denn wir haben einfach nur eine serielle schnittstelle die wird im prinzip dann einfach durchgeschleift zum anderen gerät und da purzeln die daten genauso seriell wieder raus also relativ einfach und wir haben bluetooth das heißt dieses ganze pairing mit pin und so stellt auch sicher dass wir da eine relativ gute punkt zu punkt verbindung haben und so schnell auch dazwischen keiner was abhört das heißt also das ding ist relativ günstig es ist mehr oder weniger sicher wir können es direkt mit einem handy verbinden also mit dem smartphone und da uns eigene apps basteln aber problem bluetooth ist jetzt nicht unbedingt das beste sagen wir mal unter 100 metern an reichweite davon reden wir ungefähr 100 meter könnte je nach projekt ein bisschen knapp werden was ist wenn wir dann weitere strecken zurücklegen wollen weil beispielsweise irgendwo am anderen ende vom garten funken möchten nun wir können natürlich direkt den overkill gehen mit sowas hier das hier das ist der sim 800 l und der arbeitet mit gsm also dem klassischen handy netz handy netz heißt auch hier sprechen wir im prinzip ip wir können also auch wieder alles machen was mit richtung internet zu tun hat plus wir können anrufen wir können sms senden und so weiter und so fort also sehr viele kommunikationsmöglichkeiten vom preis her liegen war auch ungefähr so um den bereich fünf bis zehn euro also ist noch relativ günstig und dadurch dass wir halt ein handy netz haben das heißt normale tcp verbindungen sind wir auch relativ sicher wir können also sicher gehen dass wir auch mit der richtigen anderen stelle halbwegs kommunizieren und nicht einer da schnell dazwischen funkt für die ansteuerung ist ein bisschen komplizierter aber es gibt halt fertige libraries also das ist mehr oder weniger machbar und natürlich wie gesagt wir reden vom handy netz also quasi überall verfügbar und auch wenn jetzt einige sagen okay gsm müssen ein bisschen aufpassen das ist halt noch 1g wie man es nennen möchte momentan sind wir ja bei lte also 4g es gibt in anderen ländern bestrebungen 2g und 1g abzuschalten das also nur noch 3g 4g das heißt umts und lte verfügbar ist in deutschland sehe ich das momentan so noch nicht denn es gibt sehr viele maschinensteuerungen die mit gsm arbeiten alarm systeme arbeiten mit gsm und auch die mautbrücken beispielsweise arbeiten großteils mit solchen gsm modems das heißt zumindest mal bei einem anbieter wette ich mit euch dass da in den nächsten absehbaren jahren nichts passieren wird bezüglich einer abschaltung dafür hängt einfach zu viel dran was erst umgerüstet werden muss nachteil bei der technik ist natürlich wenn man das ding einfach mal umdrehen da erwartet er schon direkt was wir brauchen eine sim karte entsprechend auch einen vertrag das bedeutet dann meistens ihr müsst monatlich zahlen und das problem ist auch überhaupt einen vertrag zu bekommen normalerweise wird man jetzt ja sagen okay gehen wir zu irgend so einem anbieter hier aus dem nächsten discounter holen uns da irgendwie so eine 100 megabyte datenflat das reicht dicke problem an der sache fast alle schließen in ihren agbs eine sogenannte maschinennutzung aus das heißt offiziell dürft ihr das nicht mit solchen modulen hier benutzen das haben wir gesagt wir bauen vertrag monatliche kosten eventuell nicht so cool was machen wir denn wenn wir weniger haben wollen nun ja und hier wird mein blatt ein bisschen klein da kann man auf das hier beispielsweise gehen das ist noch relativ neu das ist das sogenannte lora lora ich glaube long range oder low data rate wie man es haben möchte wahrscheinlich trifft beides zu dass jetzt zum beispiel der rfm 98w beziehungsweise abarten davon das ganze läuft in verschiedenen frequenzbändern aber da möchte ich nicht zu sehr drauf eingehen das ist noch etwas womit ich mich selber noch eine menge auseinandersetzen muss bis dass ich da genügend verstehe um das ding mal in betrieb nehmen zu können vom preis her geht es inzwischen also es war lange zeit jetzt recht teuer ich glaube die module haben zeitweise mal so um die 20 euro gekostet jetzt reden wir hier von diesen einzelnen modulen ohne den adapter außen rum von ungefähr fünf bis sechs euro gibt es die teilweise schon also es ist relativ günstig noch zu bekommen weiterer vorteil wir haben eine hohe reichweite und das ohne infrastruktur zu haben mehr oder weniger es gibt zentrale punkte die sogenannten gateways die eure daten entgegennehmen und dann zum beispiel ins internet weiterleiten das wäre dann irgendwie things network oder so heißt das das ist alles noch relativ neu noch alles noch nicht wirklich überall verfügbar also da muss man halt noch ein bisschen drauf aufpassen aber theoretisch ist es halt relativ weit machbar hier sind antennenanschlüsse dran das heißt mit den richtigen antennen kriegt man da gute strecken zusammen ich glaube ich habe irgendwo einen bericht gesehen wo einer lora tatsächlich irgendwie über 60 kilometer gemacht hat gut braucht man halt entsprechende berge im garten dann geht das wahrscheinlich besser wo man gucken muss ist halt im moment noch die verfügbarkeit zum einen um die module überhaupt zu bekommen zum anderen gibt es gateways oder muss ich mir selber irgendwas bauen muss man natürlich auch im hinterkopf behalten zur ansteuerung ich habe selber noch nicht benutzt aber es scheint libraries zu geben also man kann da auch fertiges zurückgreifen wo man allerdings aufpassen muss diese lora funk bänder die haben sehr sehr enge regeln das heißt da ist ein sehr großer regulierungspunkt mit dabei und ich nenne es jetzt einfach mal fair use das heißt um andere leute nicht zu stören müsst ihr sehr wenig nur am tag senden auf dem kongress hat es mal einer durchgerechnet der kam irgendwie bei nutzdaten auf so 20 messungen am tag die übermittelt werden können das ist für viele sensoren natürlich ausreichend aber wenn man irgendwie den sensor im garten haben möchte der keine ahnung die temperatur regelmäßig zurückmeldet 20 mal am tag ist vielleicht für die außentemperatur ein bisschen zu wenig und naja die reichweite eventuell auch ein bisschen übertrieben also was gibt es denn noch wo wir ein bisschen runter kommen können von der reichweite und eventuell auch von den kosten nun da hätte man hier so was die habt ihr eventuell auch schon mal gesehen das sind kleine module die gibt es in verschiedensten arten 1000 namen dafür im prinzip sind alles 433 megahertz module die dinger sind komplett günstig wir reden hier irgendwie von paar cent für diese platinen die es hier gibt und entsprechend mit das günstigste was auf dem markt ist es gibt allerdings einen großen punkt den müsst ihr dann auch beachten und zwar das ist mehr oder weniger alles do it yourself das heißt das hier ist nichts anderes als irgendwie ein eingang ein bisschen rf voodoo und es kommt funk raus zum einen ihr seht ihr hier ist einfach eine antennenbuchse das heißt die antenne müsst ihr euch erst mal selber bauen sollte man dann auch wissen wie das geht aber auch andere dinge wie zum beispiel alles was ihr für funk braucht um daten über funk zu übertragen wie beispielsweise dieses manchester encoding heißt glaube ich das müsst ihr alles in der software machen glück für uns es gibt natürlich fertige libraries die übernehmen das aber trotzdem bleiben ein paar reste übrig an problemen so gibt es zum beispiel überhaupt keine absicherung üblicherweise gegen fremdeinstrahlungen das heißt wenn jemand anderes mit einem ähnlichen protokoll wie die hier benutzen das ist halt ein sehr einfaches plötzlich auch mal eine 1 senden dann empfangt ihr auch eine 1 ihr wisst also nicht dass es wirklich von dem gerät kommt es ist ihr müsst in der software irgendwie implementieren dass ihr da halbwegs wisst mit wem ihr überhaupt sprecht und selbst dann ist es relativ einfach das zu fälschen wenn man nicht eine menge intelligenz reinsteckt und der letzte punkt der auch noch so zu beachten ist ganz wichtig ihr seht hier sind zwei platinen das eine ist ein empfänger das andere ist ein sender das heißt also wenn ihr irgendwie senden und empfangen wollt an einer stelle müsst ihr beide platinen einbauen das ist im prinzip eine grundvoraussetzung denn natürlich kann ich jetzt senden aber ich weiß ja nie ob es an der anderen seite überhaupt angekommen ist oder vielleicht gab es gerade eine störung das ist halt alles ein bisschen wackelig und natürlich naja ihr baut hier gerade funk dinger selber ich weiß nicht wie es rechtlich mit dem dingern aussieht wenn ihr das irgendwie groß nach draußen hängt könnt ihr eventuell probleme mit dem amateur funker in der nachbarschaft geben wobei ich mir sicher bin wenn ihr einen amateur funker in der nachbarschaft habt einfach mal fragen der hilft euch bestimmt gerne normalerweise geben die wissen halbwegs gerne weiter wie ihr seht haben noch ein bisschen platz am bildschirmrand und entsprechend werden wir den dann jetzt füllen und zwar mit etwas was ich mehr oder weniger geschenkt bekommen habe der hier das ist der rf 24 der kommt von ic station aber naja sind wir mal ehrlich ich habe da eh noch eine kiste von modulen mit diesem chipsatz ist ein bisschen andere bauform was das die unterschiede sind da gehe ich in einem eigenen video drauf ein das kriegte auch noch diese rf 24 das sind integrierte funk module nenne ich mal im prinzip senden die ähnlich wie die hier das heißt mehr oder weniger rohdaten allerdings zum einen auf einem anderen frequenzband nämlich bei 2,4 gigahertz wo auch wlan bluetooth rum hantieren und in diesen chips hier also eigentlich ist es der kleine hier da ist eine menge intelligenz drin zum einen ihr könnt virtuelle kanäle machen das heißt es wird schon mal grob sichergestellt dass da keiner versehentlich euch dazwischen funkt auch gibt es bei der übertragung prüfsummen das heißt wenn ihr was empfangt könnt ihr auch nachprüfen dass da wahrscheinlich kein empfangs fehler war und dann plötzlich irgendwie statt abc ein abd angekommen ist weil da bits kaputt gegangen sind das wird also gegebenenfalls bemerkt und es gibt einen automatischen retransmit das heißt also wenn der hier beispielsweise was sendet würde der zurückfunken ja habe ich alles richtig empfangen wenn das nicht kommt sendet er jetzt einfach noch mal um zu um halt noch mal zu probieren die daten fehlerfrei rüber zu bekommen ihr bekommt also in jedem fall eine rückmeldung ob die daten an der anderen seite angekommen sind oder nicht so ihr seht halt schon zwei module zwei bauformen das heißt man kann keine generellen aussagen machen aber die einfachen sind auf jeden fall relativ günstig die hier liegen irgendwo im bereich zwischen zwei drei euro glaube ich maximal die größeren hier die sind irgendwo bei fünf bis zehn euro würde ich mal schätzen die ganz großen bauformen wie diese hier es gibt fertige libraries um die dinge anzusteuern das heißt also um diese ganzen kommunikations sachen müsst ihr euch nicht ganz so sehr kümmern ihr könnt einfach dann die library aufmachen und sagen okay pass mal auf sende mal den text und ihr bekommt dann die antwort zurück jo hat funktioniert oder nein hat nicht funktioniert ansonsten ja was die reichweite angeht ist wie ihr sehen könnt schwer zu sagen wir haben hier unterschiedliche formen der hat so eine antenne auf dem board mit drauf wie auch hier der ESP8266 oder hier dieses bluetooth und der hier einfach mal gucken der hat das ding hier jetzt von mir verpasst bekommen das ist jetzt natürlich ein schöner antennenstecker und da kann man die guten alten wlan antennen ran machen und ihr könnt euch denke ich vorstellen dass diese antenne hier hat das eine etwas höhere reichweite hat als das da generell es ist 2,4 gigahertz also ihr könnt euch wie ein sehr sehr gutes wlan vorstellen das heißt also wenn er das ding ans fenster legt es kommt halt immer darauf an wie gerade das wetter ist so nach dem motto aber man kann schon ein paar hundert meter damit ohne probleme überbrücken es gibt wie gesagt verschiedene bauformen zum beispiel hier der der hat noch einen vorverstärker mit drin der kann er natürlich auch wesentlich besser empfangen aber ja genug darüber ich denke mal ihr habt jetzt gesehen was es alles hier für unterschiedliche methoden gibt um irgendwie funk zu machen mit so einem wunderbaren arduino oder ähnlichen geräten und ich würde mal sagen das reicht dann auch hier fürs video wie gesagt über den bekommt ihr gleich noch ein video ja heute gibt es zwei ihr habt den jackpot gezogen ähm und ansonsten wenn ihr irgendwas hiervon genauer sehen wollt ich meine den ESP hatte man natürlich schon öfter aber irgendwas von den anderen ja schreibt es einfach mal unten in die kommentare rein ich meine gut das lora wie gesagt da bin ich eh mir am anschauen aber die anderen wenn ihr da was wissen wollt wie es funktioniert kein problem einfach unten reinschreiben dann gucken wir uns das nochmal in dem video an denn ich bin mir relativ sicher wie gesagt ich habe sie alle schon benutzt außer das hier und bisher haben sie alle das getan was sie sollen